Neukirchen ist auch ein toller Wintersportort. Wir haben ein eigenes Skigebiet bei uns hier in Neukirchen am Groß-Venedig und zwar den Wildkogel. Das ist ein eigenes Skigebiet, das ist eine Art Kessel. Wir sind sehr schneesicher. Von Dezember bis eine Woche nach Ostern haben wir immer geöffnet. Das ist eigentlich ein bisschen Anfänger und Wiedereinsteiger-Skigebiet und auch für Familienbestens geeignet. Wir haben 65 Pisten per Meter am Wildkogel. Es gibt rechts und links zwei Großraum-Skigebiete. Das ist einerseits Kitzbühel, andererseits die Zillardal Arena. Man kann mit den Skiern direkt bis zum Hotel fahren, was ein ganz großer Pluspunkt ist. Wir haben im Ort einen kleinen Babylift, also für Anfänger. Wir können die dann einfach mal probieren und schauen, wie das funktioniert.